hans hans ja sitzt der hier schon im ponsel drin guten morgen morgen bist du drüben fertig mit sehen weil wir jetzt gerade drin sitzt soja sich weitermachen ja kannst du baumfeld gefährlich ich gehe dann mal runter ausfeld und wir sehen uns dann heute nachmittag oder heute abend hier steht der traktor wenn du aufladen das ist eigentlich nicht gerade drauf machen beginnt ist schwierig stappenbach schönes kleines dörfchen aber so viel arbeit hatte ich in letzter zeit noch lange nicht und so eines fällt es wächst schon auch da hinten steht er muss ich so weit laufen ich muss mal im eberhard irgendwie noch verhandeln dass wir ein neidrescher kriegen so so freue ich mich wenn wir hier größere maschinen haben wobei ich gar nicht weiß ob wir die durch die durch die map bewegen können so gesät habe ich schon lange nicht mehr so aber so 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 mal wie schnell man ja vorwärts kommen es wäre gut wenn unsere felder schnell wachsen dass wir da auch nicht bekommen wir weiter sachen machen können wir auch die sachen kaufen die wie gesagt die sähmaschine ist gekauft die pflüge brauchen wir nicht so oft ja gut aber trotzdem ich meine nicht nur das geld und auch anders geld haben einen großen schlepper bräuchten zumal da auch ihnen das haus ist ja mal bauen wollte ist da muss man glaube ich eine weile bauen die landwirtschaft betreiben aber zum sehen ist heute ein schöner tag die erde ist schön trocken hoffentlich bleibt es so ich glaube ich muss man hier die sachen aufladen die hälfte vom feld habe ich jetzt wo ist eine traktor er steht unten am weg wir können auch den lkw zu machen dass er offen ist oder ja doch könntest wenn der einsteigst anfängst und dann wird er anfängst mit dem abladen und dann wird das schnell aussteigen bleibt eigentlich in der position ja das ist genau die perfekte position weil er geht jetzt so die schützen sind es genauso dass es eigentlich ist das heißt dass er zum berg hin zeigt was er hat noch mit der schräge auch ein bisschen das ist ja noch ein drittel und dann sind wir fertig mit einem schönen fädelchen hier könnte ich mich eigentlich gleich mal ins düngen drüben machen ok jetzt weiß ich bloß nicht ob ich hier die zeit wieder zerstören wir hätten das besser stapeln sollen das holz jetzt hier dazwischen also die sämmaschine finde ich eigentlich gar nicht so schlecht aber die hat halt nicht so viel breite ja wo kommt geld kommt breite boah ich hab mich glaubt hier festgefahren ja das kann passieren solange den traktor nicht umwirfst ist mir schon ein paar mal passiert wie der bernhard damals dann über mich gelacht hat ist unglaublich die unkel bernhard der war doch zu nett zu sterben ja ich glaub die eier müssen bald auch mal wieder einsammeln die eier naja von der du hast nicht hühner na ich nicht die die tante ich weiß gar nicht wie sie heißt die frau von bernhard hab ihren namen schon wieder vergessen und die hat dann noch ein paar hat dann noch einen hühnerstall das hat der bernhard immer gemacht ja natürlich und die hat mich letzt gefragt ob ich da mal eier einsammeln da habe ich schon 60 stück oder so aber die müssten glaube ich bald wieder eingesammelt werden jetzt verstehe ich langsam was du meinst mit ja der kippt immer um wenn die die stämme geladen sind im frontlader passiert das schnell wo die haben schon die zweite stufe hier und der rest vom feld ist hat noch gar nichts das ist bisschen doof ein teil vom feld ist schon in der zweiten wachstumsstufe ok aber es gibt halt einen teil vom feld ist noch gar nicht gewachsen was bewirken bei dem kleinen oder bei den großen beim großen kippt nicht traktor ja nicht kippen ich hab den grad so positioniert dass ich eigentlich gar nicht schön mitgegriffen habe einmal nach drüber fahren und dann passt es dann ist es feld fertig so gut fällt besät ach nee muss ein lkw umpackieren dann ist es trott das holz wieder runter oh ich kann glaube ich ich kann gar nicht ich kann gar nicht düngen da ist schon ein teil fertig hey das ist ja komisch hier ist ja wie verhext ich kann aber gar nicht düngen kannst du mal mit dem traktor runter kommen wir müssen den dünger noch füllen aha ja warte kurz ich muss ja grad den lkw anders platzieren dann gehe ich kurz zum traktor was brauchst du noch brauchst du noch ein anderes teil was ich dann machen muss nee den frontlader kannst du komplett oben lassen ich habe hier einen satz unten ok ich lass den einfach hier im holz warum geht denn das nicht das ist so und so also das wird ein bisschen schwierig glaube ich mit der sache hier mit dem zeug und muss ich jetzt dort runter das ist halt komisch wenn ihr mal guckt das da ist schon ein teil fertig das ist schon erntereif und ein teil ist erst gelb na ich hoffe mal dass wir das hinkriegen wo bist du ganz vorn siehst mich an der straße dann ok was brauchst du dünger ding ja aber ich habe hier auch fahr einfach vor zu mir da steht noch eine palette hier hallo du kannst gerade den frontlader dran machen hier ich sperr dir mal die straße warte 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 bleib fahren ja das ding ist gerade dran der mensch muss ich dem noch platz machen das linke brauste das blaue super danke voll jo so dann stelle ich das wieder hier hin so dann dünge ich hier mal noch schnell drüber was der rest auch ein bisschen schneller wächst muss ich wieder hier nach oben wo ist jetzt wieder die straße ist das hier kannst du noch eine weiter vorne hoch den feldweg ich sehe halt wieder nichts wie breit ich schon gedüngt habe es hat in der nacht nach gefühl so aber ich glaube das passt kann ich gleich zum nächsten feld aber hast du jeweils ein lkw so gemacht schräg war oder nicht wie meinst dass er so mit dass er abkippen konnte oder nicht ne ich lade immer gerade auf aha das heißt du musstest zwischen den zwei dingern zerpfosten durch genau von oben ich habe jetzt halt die landstraße ein bisschen blockiert aber na das sollte um die zeit keiner durch müssen eben so diesmal sieht es gut aus bei dem feld sehe ich noch ein bisschen mehr wo ich lang fahren muss und wir haben schon wieder gleich null uhr wir schaffen uns noch dort hans na hoffentlich ist der hans jetzt nicht schon gestorben ne 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 jetzt dachte ich gerade wenn ich davon ich bin jetzt am verzweifeln mit diesen Stimmen ich dachte gerade wenn ich davon spreche dass wir uns tot schaffen dass du dann auch noch hier keine lust mehr hast oh dann kommt ein auto ziehen wir mal kurz zurück oh so den lasse ich mal da so gedüngt habe ich jetzt hole ich mal gerade unseren anhänger von oben den kippe und dann machen wir auch feierabend weil ist schon spät also bis morgen hans gell ja bis morgen ciao ciao ciao